Diese Woche werden die Preise präsentiert von EA Sports, FIFA Street. Voilà, chicos, tippt jetzt auf das Tor der Woche von Roadrunner Records Big Boys. Ich stehe im Tor für euch gegen die heißesten Rockstars von Roadrunner Records. Und ihr seid jetzt in der Lage, die fettesten Preise zu gewinnen. Heute stehe ich im Tor. Gehen wir gut. Stained. Huevos de Fuego. Soy el Loco. Vamos a ver. Bonachamos. Loco. Yeah. We need to kick it some much, right? Yeah, yeah. This one for you. Venga Pato, venga, aquí, a los huevos ¡Tres más! ¡Venga, chicos! ¿Qué te pasa? ¡Venga, venga! ¡Es es André! ¡Situación súper caliente! Also, was wird nun passieren? Wird der Loco eine glanze Parade abliefern und für euch den Eskorpion des Frungen machen? Oder bekommt ihr einen reingekoffert, der Loco? Vote jetzt und stau ticke, ticke Preise ab bei RoadrunnerBigBoys.de